Guten Tag, hier ist Brücker Tombo. Es ist der 10. Mai 2021. Ich bin eben auf dem Weg zum zweiten Impftermin mit Moderna. Wie man sieht, obwohl das Handy leider keinen Weitwinkel hat, sieht man hoffentlich ein wenig von meinem Outfit. Der Kern der Botschaft ist natürlich, dass Impfern Leben rettet. Und man könnte jetzt natürlich auf die Idee kommen, dieses ganze Outfit würde nur dazu dienen, Aufmerksamkeit zu erregen. Dazu muss ich dann allerdings ganz klar sagen, genau so ist es. So ist es. Leider funktioniert es nicht anders. Wenn ich ein Buch mit Fakten von mir hertragen würde, hätte es nicht denselben Effekt, fürchte ich. Ja, ich werde weiter berichten. Beim ersten Mal habe ich so gut wie keine Impfreaktionen, von manchen auch Nebenwirkungen genannt. Die habe ich beim ersten Mal absolut nicht. Ein ganz leichter, ziehender Schmerz am linken Impfarm an einer uninteressanten Stelle. Und das war alles. Es mag sein, dass es beim zweiten Mal etwas gestinger wird. Ich habe mir Paracetamol zurechtgelegt. Ich werde Zeit haben, mich hinzulegen. Und ich denke, dann dürfte das nicht unbedingt ein Problem werden. Eins möchte ich noch loswerden. In einem anderen Clip von mir. Ich setze euch den Link. Ich setze euch den Link. Und das ist meine Tasche übrigens. Meine Tasche. Oh ja, und da haben wir auch gleich den Flyer, um den es geht. Ich habe in einem anderen Clip euch schon davon berichtet. Moment bitte. Moment bitte. So, jetzt geht der Umhang auf. Moment. Alles nicht so einfach ohne Kameramann oder Kamerafrau. Aber irgendwie geht das alles. Ja, es geht noch um den anderen Clip. Um den anderen Clip. Und der ging um den Flyer, den ihr gerade zu Boden gefallen gesehen habt. Den wollte ich ja gerne als Plakat. Hier im Hemmshof, also Brümann im Hemmshof, wollte ich den ja als Plakat haben. Er hat den bestellt und auch bezahlt. Aber ich hatte noch nicht die endgültige Auftragsbestätigung. Die ist heute Morgen per E-Mail eingestellt. Ich darf nur Geld ausgeben dafür. Und gar nicht so furchtbar wenig. Aber ich denke, das ist eine sehr sinnvolle Aktion. So, mein erst mal. Ich berichte euch weiter. See you. So, hier kann man das Outfit noch mal ein bisschen besser erkennen, denke ich. So, Tasche mit Flyer und vor allen Dingen natürlich die Mondschaft. Die Mondschaft, sehr wichtig. Die Mondschaft, sehr wichtig, impfenrackend nehmen. Und mal sehen, von hinten geht es auch. Und hoch ist hoch. Okay. Und jetzt geht's. Jetzt geht's zum Termin. Alles gut. See you. Okay. Und jetzt geht's. Die Mondschaft. Vielen Dank.